Seidank, ihr seid hier. Der Sturmhort wurde angegriffen und die Sturmreiter sind... ...verderbt. Schnell! Was ist das? Hier geht zum Horst. Ich lenke sie hier ab. Wir treffen uns später wieder. Schnell! 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 Hör! Schnell! Na ja! arias Eh... Okay. 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 Ich mag nicht, dass es dunkler und kälter wird, je tiefer wir kommen. Aber was ist das? Was hat Goran gehandelt? Der Aufzug ist außer Betrieb. Wenn wir als weiteres vor, muss zerstört werden. Okay. 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 Okay.